Hi, ich bin Daniel Thürwald. Ich bin Jan Wollenschläger und wir beide haben einen Kurzfilm zusammen gemacht. Den könnt ihr sehen auf dem X-Ground-Filmfest in Wiesbaden. Genau. Der Kurzfilm heißt Flugzeug im Bauch und läuft am 14.11. um 20 Uhr vor dem österreichischen Spielfilm Große Freiheit. Sag mal, warum muss ich eigentlich hinten sitzen? Also wegen dem Framing. Wir haben einen Kurzfilm zusammen gedreht, der heißt Flugzeug im Bauch. Genau. Da spielen mit Konrad Mutschler, Axel Perens und eine Boeing 737. Gedreht wurde das alles in diesem Auto und den Kurzfilm könnt ihr sehen auf dem Filmfest in Wiesbaden am 14.11. um 20 Uhr auf der Caligari-Filmbühne. Viel Spaß beim Film. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.